Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achimund. Das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 8. Februar. Heute dabei John Perry Barlow, Lyft, Nest, Google Fotos, Facebook Messenger und Tinder. Beginnen tun wir mit einer traurigen Nachricht, denn John Perry Barlow, der Gründer der EFF, ist gestorben. Er ist 70 Jahre alt geworden und die EFF, und da zitiere ich jetzt mal Wikipedia, ist eine Nichtregierungsorganisation in den Vereinigten Staaten, die sich für Grundrechte im Informationszeitalter eingesetzt haben. Also im Prinzip eine sehr gute Sache, wie ich finde. Und die müssen nun halt ohne den Gründer auskommen in erster Zeit. Mehr gibt es jetzt dazu leider nicht zu sagen. Traurige Sache zum Start der Sendung. Gehen wir zu den normalen Themen über. Lyft, das ist ja in Amerika der große Konkurrent von Uber. Lyft hat einen neuen COO, also Chief Operating Officer, eingestellt. Und der kommt von Tesla. Bei Tesla war er Präsident of Sales and Services und die Person heißt John McNeil. Bei den Quartalszahlen hat Tesla schon gesagt, dass er die Firma verlassen wird, aber nichts weiter. Und Lyft hat nun bekannt gegeben, dass er bei Lyft aktiv wird. Was ja insofern auch interessant ist, da gerade viele von diesen Fahrdiensten, wie Uber und eben Lyft, mit autonomem Fahren experimentieren. Und natürlich Tesla da auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Von daher sehr spannendes Thema. Ich halte da weiter ein Auge drauf. Ganz anderes Thema. Google. Die haben ja vor ein paar Jahren Nest gekauft, die mit ihrem smarten Thermostat angefangen hatten und dann so ein paar andere Smart Home Hardware entwickelten. Und die waren bislang, trotz des Kaufes von Google, immer noch sehr autonom. Konnten machen, was sie, ja nicht unbedingt, was sie wollen, aber schon alleine agieren. Und die werden jetzt in Google eingegliedert. Sprich, die Hardware-Abteilung wird zur Google-Hardware-Abteilung. Und womit rechnet man da? Ja, wahrscheinlich wird es mehr Integration mit dem Google-Assistenten geben. Aber ansonsten bestimmt auch noch spannende Hardware-Produkte von Nest. Und wenn wir schon bei Google sind, sprechen wir nochmal eben über Google Fotos. Denn die haben ein neues Feature vorgestellt. Google Fotos lässt nun den Nutzer thematische Filme erstellen. Sprich, man kann halt ein paar Fotos auswählen über eine bestimmte Person oder zu einem bestimmten Ereignis. Und Google Fotos erstellt daraus entsprechend einen Film, der dann sehr schön ausschaut, der auch vertont werden kann. Und den kann man dann logischerweise natürlich auch überall teilen. Das Feature ist für alle freigeschaltet. Ihr könnt euch das einfach in Google Fotos einmal angucken und ausprobieren. Und rüber zum großen Konkurrenten von Google, Facebook. Facebook testet gerade im Messenger eine neue Art, um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, um zu teilen, wie sie drauf sind, um es mal so zu sagen. Und zwar heißt die Funktion Your Emoji. Und natürlich geht es um Emojis, deswegen ist es auch im Namen drin. Diese Funktion ermöglicht es den Nutzern von Facebook Messenger, über ihr Profilbild ein Emoji zu legen und somit halt auszudrücken, dass die entweder traurig sind oder total begeistert oder lustig drauf. Und das Emoji ist dann für 24 Stunden aktiv. Es ist, wie gesagt, erstmal ein Test. Und wie üblich, ein paar Leute bekommen es freigeschaltet, können damit rumspielen und eventuell wird es dann hinterher in den Messenger wirklich integriert. Und wir hatten ja, ich habe gerade schon gesagt, bei Testa in den Quartalszahlen wurde bekannt gegeben, dass eine Person die Firma verlässt, woraus dann ein Thema wurde. Gestern hatten wir die Snapchat-Quartalszahlen und auch Tinder, beziehungsweise die Mutterfirma von Tinder Match, die haben auch Quartalszahlen bekannt gegeben, dann ein entsprechendes Q&A gehabt und über Tinder geredet. Und dabei haben sie bekannt gegeben, dass Tinder jetzt neue ortsbasierte Funktionen bekommen wird dieses Jahr. Aber haben sich ansonsten eher in Schweigen gehüllt. Haben halt nur gesagt, dass sie mehr in Richtung ja auch Social Life gehen und nicht unbedingt nur eine Dating-Plattform sein möchten und dass ihre ortsbasierten Dienste auch aufeinander aufbauen sollen. Ja, mehr weiß man jetzt noch nicht. Aber wir halten ein Auge drauf und eventuell updaten wir dann auch unsere Tinder-Sonderfolge, die wir ja auch schon mal im Geek Talk hatten. Und das war's auch für heute. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Habt einen guten Arbeitstag oder einen guten Schultag. Und wir hören uns dann zum Ende der Woche morgen wieder, hoffe ich. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.